Die Welt um uns herum ist im ständigen Wandel. Um in unserer Wirtschaft langfristig erfolgreich zu bleiben, müssen Chancen am Markt frühzeitig erkannt und Innovationen verstanden werden. Dich fasziniert genau das? Deine Einstiegsmöglichkeiten sind vielseitig. Du hast einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, BWL oder Informatik? Dann bist du genau richtig im Masterstudiengang Technisches Innovationsmanagement an der Hochschule Harz. Hier kannst du an einem grünen Campus mit modernster Ausstattung deine Vertiefungen und Praxisprojekte nach deinen Interessen wählen. Und du lernst, wie du technische Innovationen analysieren, bewerten, weiterentwickeln und im Unternehmen applizieren kannst. Dieses Unternehmen kann entweder ein bestehendes Unternehmen sein, in dem du so richtig Karriere machst, oder dein eigenes Start-up. Denn auch dabei begleiten wir dich hier an der Hochschule Harz. Egal wofür du dich entscheidest, ob Karriere im Anstellungsverhältnis, eigene Unternehmensgründung oder Forschungskarriere an unserer Hochschule. Du wirst in der Lage sein, Veränderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und dich und dein Team zum Vorreiter auf dem jeweiligen Gebiet zu machen, statt nur Early Adoptor zu sein. Beginne jetzt deinen Team Master. Als treibende Kraft für eine bessere Zukunft. Du wirst in der Lage sein, Veränderungen und Chancen.